Was wir brauchen ist eine Geschichte, einfach irgendwie, irgendein roter Faden. Wir können schreiben, was wir wollen. Wir haben eine carte blanche. Also ich finde im Fall immer noch, wir sollten einfach eine biografische Geschichte erzählen über unser Leben hier in Hollywood. Das reale Leben ist langweilig. Du kannst einfach irgendwelche Schauspielerinnen auf dem Sint haben, die grosse Brüste haben. Der hat nicht mehr. Ja, das ist, wenn es möglich ist. Wir bauen einen Film ein. Das ist deine Chance. Unsere Geschichte. Ich will das nicht machen. Es ist sehr gross mit einem toten Mensch. Ich will nicht. Hey, sorry, wann bist du wieder dann zusammen? Sorry, das ist auch nicht meine Chance von Wundersiapen. Hast du schon einen Blonde reingekennen? Wenn du das nicht sagst. Oh, I don't think she understands. No, she has nothing here. Everything is there. Du hast recht, wir sind in Amerika und ich bin illegal hier. Wat? Ja, das ist ja jod. Ich bin ja die Stulle, wa? Servus, ich bin die Freundin von Jumbo. Könnten Sie denn vielleicht auf den Boden schauen? Und statt mich wirklich alle anzustarren, wie als Came vom Planet der Affen? Hallo, Officer. How can I help you? Is there any problem? No, no, no. Kalt! Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Nein, nein! Du hast noch eine Probleme. Du hast dich jetzt zu wissen. Ich möchte dich selbst riskieren.